Glückwunsch, Leute! Das war nur, weil ich die Brille gepustet habe, weil die beschlagen ist. Das Auto ist schwer. Oh, da ist schon der erste in der Wand. Das wird hier mir hoffentlich nicht passieren, aber ich sehe es ehrlich gesagt schon kommen. Nach hinten in eine Sekunde. So, in der Kurve ist jetzt super schwer, weil da habe ich keinen richtigen Bremspunkt, beziehungsweise kann man nicht sehen, einfach weil die Sonneneinstrahlung so flach ist. Das ist sehr problematisch. Das hat ganz gut geklappt trotzdem. Es klappt immer irgendwie, aber ich kriege es halt nicht konsistent hin. Hier ist auch das Problem, dass ich mich hier am Streckenbelag orientiere. Oh Gott. Und den habe ich jetzt natürlich nicht gesehen hinter dem Glickenhaus. Aber mein Ziel ist es hier eh, mein Tempo zu gehen und nicht in die Mauer einzuschlagen. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. An Balfass ist schon eine krasse Strecke. Uhhh, kap! Das war's. Ja, ich denke mal, das habt ihr genauso gesehen wie ich. Das hatte ich ja noch nie. Ja, toll. Also ich hatte noch nie in meinem Leben so krasses Leck in 500 Spielstunden, die ich jetzt hier habe. So gut, dass es nicht hier oben passiert ist. So gut, dass es nicht hier oben ist. Aber wie es scheint, kann ich hier oben ganz gut aufholen, wenn ich möchte. Ja, 1,1 Sekunden nach vorne, 1,9 Sekunden nach hinten. So gut, dass ich jetzt hier oben bin. Sorry. Momentan Position 6. Das heißt aber zumindest, wir können hier an dem Pack dranbleiben. Das ist sehr gut. Das Problem ist, da wo ich schneller bin, kann ich nicht überholen. Ah, fuck. Wir haben hier zum Glück nur sehr geringen Schaden. Oh. Okay. Let's go. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ach, jetzt darf ich ganz vergessen zu sagen, wir haben ein Pflichtboxesstopp. Das werde ich dann auch genau in der Mitte absolvieren. also wir haben vielleicht Verkehr vor uns mal drei Sekunden wir kommen schon näher hier So. Vielleicht hat er den falschen Gang. Dann Costa. Das ist ja alles eine Gruppe bis zum ersten. Das sind auch nicht die totalen Abstände. Dann kommt er wieder weit raus. Fast in die Wand rein. Dann kommt er wieder rein. Die habe ich jetzt natürlich auch scheiße erwischt, sonst wäre das jetzt eine sehr, sehr gute Chance geworden. Hier auf der Garten ist schwierig, man sieht jetzt halt genau an dem Punkt, zieht er halt weg. Wenn er jetzt wieder den Fehler macht, ist das vielleicht meine Chance. Das war's. Ich bin nicht der einzige. Rinnen hin, oh mein Gott, 20 Sekunden, ja irgendwie sowas in dem Dreh halt, auf jeden Fall eine gute Distanz. Jetzt sind wir am Ende von dieser Gruppe hier. Ich bin nicht der Grund. Untersteuern ist jetzt ziemlich fies. Jetzt muss ich einmal den Notausgang nehmen. Schon wieder lag. Was ist denn da los? Ist bestimmt wieder irgendein wichtiger Windows-Dienst, der im Hintergrund läuft, der es eigentlich immer ist. Jetzt erkannt... Warte, ich kann nicht reden, ist das Wahnvoll. Aber der hat jetzt erkannt, dass was Wichtiges ansteht. Also muss man erstmal ein paar Updates reinklatschen oder so, man weiß es nicht. Unsere Chance? Na, eher nicht. So. 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 Das war's für heute. Das war jetzt schlecht. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich ganz, ganz dicht dran sein. Und dann mal gucken, ob sowas wie ein Undercut funktionieren kann. Ja, natürlich. Es ist halt, wenn man einmal den Kurveneingang verpasst, weil da habe ich schon auf dem Rasen gebremst. Das war jetzt echt scheiße. Jetzt können wir sechs Sekunden. User disconnected from the channel. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. 1,2 Sekunden. Ich kann hier auch nichts sehen. 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 Ich habe wieder Zeit verloren, definitiv in der letzten Kurve. Ich habe die Frage, ich konnte jetzt, wobei so richtig rankomme ich auch nicht. Ich kann hier auch nichts sehen. Meine Chance, meine Chance, meine Chance. Die Chance, meine Chance, meine Chance, meine Chance. So, Wir haben jetzt auf jeden Fall in den Wahnsinn getrieben. Die Frage gehe ich jetzt noch, wird nur eine draußen bleiben. Ist jetzt reingegangen. So, 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 hier gleich geht's losw isolation, wir müssen auf den rejoin gucken, ja, so, der Glickenhaus ist hinter uns, sogar ziemlich weit, Da ist vermutlich irgendwas passiert in der Runde. Der hat sich vermutlich auch gedacht, okay, jetzt muss ich aber pushen. Aber jetzt nicht so gut hingekriegt wie ich, obwohl meine Runde auch scheiße war. Erstmal ganz kurz wieder reinkommen mit dem schweren Auto. Und dann wird gepusht. Aber liegt das gut? Auf jeden Fall mehr Bodenhaftung. Da vorne ist so ein richtiger Train. Ganz hinten ist Wolf, mein Ex-Team-Kollege. In der einen LMP1-Masserschaft. Drei Sekunden. Und die werden da anscheinend aufgestaut. Gucken wir uns mal an. Ja, wir kommen ran. Gucken wir uns mal an. Gucken wir uns mal an. Oh mein Gott, hat das Ding Haftung. Gucken wir uns mal an. Gucken wir uns mal an. Gucken wir uns mal an. Das ist aber nicht wer das war. Ben Costa, Daniel Wottgen vermutlich. So, Wolf, jetzt vor uns. So, Wolf, jetzt geht's. So, Wolf, jetzt geht's. So, Wolf. So, Wolf, jetzt geht's. So, Wolf, jetzt geht's. Mein Gott, ist das ein Kampf. So, Wolf. So, Wolf. So, Wolf, jetzt geht's. So, Wolf. So, Wolf. Ups, sorry, sorry. So, ich bin hier natürlich ein bisschen verloren. Die sollen sich da vorne mal prügeln, bitte. Und da vorne möglichst auch. Ich meine, Sieg wäre hier natürlich traumhaft. Chaos. Zweite Position. Für uns Bobby. Bobby Pennington hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh mein Gott. 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 So schnell geht's. User disconnected from your channel. Da war ich halt von Bobby komplett abgelenkt, ist gerade ein bisschen schade, weil gerade waren tatsächlich, wenn die anderen hinter Bobby halt hängen geblieben wären, tatsächlich Siegchancen drin. Trotzdem glaube ich, dass ich ein paar starke Überrohrmanöver gemacht habe. 17 Minuten noch, alles ist offen. Aber ich fühle mich wieder richtig wohl im BMW, das ist auch die perfekte Vorbereitung für die GTC dann. Da läuft gerade die Pre-Season, da bin ich aber noch keine einzige Runde gefahren, aber jetzt nochmal Konzentration. Das ist gut, das ist gut. Komm schon mal. Blut, blut. Link Arka schon. Was ist eigentlich mit Bobby passiert? Ah, jetzt verstehe ich. Der ist nicht in die Box gegangen. Der ist ganz spät erst in die Box deswegen. Deswegen hat er die alle aufgehalten. Hey! Ja, damit sind jetzt auch ... Ja. Ja. So Leute, jetzt noch mal richtig Konzentration. Drei Sekunden auf denen, also Podium ist noch drin. Das ist gerade schon frustrierend. Ja, ich habe jemanden gefangen, aber ich sehe sie nicht mehr auf der Straße, also ich kann nicht warten. Darf ich einfach weitergehen? Ja. Ja. Sind Sie in einem gelben Auto? Ich bin in einem grünen Lamborghini, ich denke. Hm. Ich weiß, es ist ein Lamborghini. 2,9. Ja, wir kommen definitiv ran. favourite. 1,5-4B auf den Klenkarrafen 마chiede, nicht mehr... W185-5-7G jms. Ah, es ist parentki. Und jetzt werden wir in einen gefeiert. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, Bastian. Sieht halt nie so aus, als wenn wir da jetzt noch groß rankommen würden. Oh mein Gott! Und jetzt klappt es, wenn ich keinen vor mir habe. Gehe ich da durch, wie? Keine Ahnung was. Hier ist das Untersteunen wieder gewesen, wenn man da über dieses Ding ins Rüber fährt. Ganz fies. Ganz fies. Schade, tut mir echt leid, dass ich so wenig rede, aber es ist halt, ich bin zum einen bisschen fertig und zum anderen verlangt die Strecke viel von einem. Ich versuche später zu bremsen, das klappt natürlich nicht. Ich versuche dazu. Ich versuche jetzt mal die Strecke viel von einem. Ich versuche, dass wir das Kiel in einem Schlitz waren. Ich versuche zu den 1,2,5min. Ich versuche, dass wir das Kiel im Ball genauso wie Kiel in einem, das Kiel im Alltag. Zitzen Zitzen Ich habe das Gefühl, dass am Ende jetzt natürlich alle mehr Übungen haben auf der Strecke und dadurch jetzt sich die Zeit noch ungefähr angleichen. Jetzt ist es früh gebremst, man sieht es direkt auf der Uhr. Hier hole ich jedes Mal Zeit raus in der ersten Kurve, das ist schon mal gut, aber schwierig. Ich glaube nicht, dass es in sechs Minuten noch was wird, aber wer weiß, vielleicht schlägt der ja noch mal wo ein. Ich würde auf jeden Fall hart pushen, aber nach hinten habe ich nichts zu verlieren. Boah, voll Gas. 1,2. Also er hat einen kleinen Fehler gemacht und ich habe halt auch totes gepusht. Man sieht es auch am rechten Vorderreifen. Der ist mehr als rot. Das ist noch möglich vielleicht. Was ist hier passiert? Position 3 jetzt, direkt vor uns. Konnte ich den Bremspunkt wieder nicht sehen. Position 2 ist nicht möglich damit. Position 2 ist nicht möglich. Schöne. Slicke. Wäste. 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 Sokken. Jetzt gibt es ein bisschen Windschatten. Komm schon, komm schon, komm schon. Gut, leck, okay, leck, 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 leck. Gut, leck, 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 leck. Ist natürlich hart, ne, wenn man hier so dicht folgen will und dann jemand lenkt, tut vor einem. Gut, leck, 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 leck. Gut, leck, 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 leck. Gut, leck, 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 leck. Okay, jetzt sind wir nicht dicht genug dran. Gut, leck, 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 leck. Aber das war sehr knapp. Es ist wirklich so schwierig, ich habe einen Bremspunkt da, in dieser ersten Kurve, wieder Zeit verloren. Hier bin ich ja eigentlich der, der immer Zeit aufholt. Ja. Das geben glaube ich alle nochmal richtig Kante. Drei Sekunden. Ja, aber da habe ich jetzt einfach, keine Ahnung wie man das sagen soll, volles Risiko gegangen für sieben Sekunden. Vierter Platz leider nur, es hätte theoretisch der Sieg sein können. Aber trotzdem, sorry, dass ich so wenig gesagt habe. Aber das war trotzdem ein grandioses Rennen. Das ist auch mein erstes Rennen hier in Buffers und ich hatte vorher, ja, wenig Training im Vergleich zu einigen anderen Rennen. Ich glaube ich hatte das ungefähr, oh Gott. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Also genau, ich hatte glaube ich etwa zwei Stunden Vorbereitung, was aber natürlich für Bathurst auf keinen Fall reicht. Und auch alles heute. Also ich habe mir jetzt nicht irgendwie über Nacht irgendwas einprägen können, in hier schlafen oder sowas. Ähm. Habe jetzt auch eigentlich erst zuletzt halt hier... ja, die Strecke hier wirklich kapiert, wie man sie nehmen muss. Auch natürlich ein bisschen durch die anderen gelernt. Ja, jetzt habe ich jetzt die Flügel, also ich gehe jetzt nach der Dowie-Mountain. Oh Gott, ein schönes Rennen. Danke. Es war, es war viel Spaß. Genau, wenn ihr es ein bisschen geschafft habt, dann lasst doch mal einen Daumen hoch da. Probiert vielleicht. Ich bin jetzt einfach nur richtig wasted und gut. Ich komme gleich ins Bett. Es ist spät. Es war nicht ganz gut.